Eigentlich ist Nick Scott ein Mann wie viele andere. Er ist nur schneller, härter und cleverer. Ein mächtig schneller Hirsch. Hey, wollen wir uns den schnappen? Könnte nicht schaden. Hey, Dolan, wer ist dieser Kerl? Leg ihn um. Bryce, ich habe über uns nachgedacht und... und auch über Nick Scott. Den kannst du vergessen. Der ist nicht zweiter als ein verrückter Rennfahrer. Der Ofen hat echt was unterm Blech, hä? Aber schneller als ich sind sie nie im Leben, Mister. Der Kerl hat nichts drauf, sind alles nur Sprüche. Also was ist, machst du es nun für einen Tausender oder nicht? Wenn man glaubt, man hätte keine Probleme, passiert manchmal das Furchtbare, das Albtraumhafte. Wie die Entführung des kleinen Brody. Das Lösegeld, 5000 Unzen Gold. Komm her! Willst du was essen? Nein. Okay, dann brauchst du aber keinen Teddy. Glotz mich nicht so an! Ich hasse es, wenn du mich so anglotzt. Nur er, Nick Scott, ist hart genug und schnell genug und clever genug, um dem kleinen Brody das Leben zu retten. Goldrunner